Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spiele-Keys, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Oh, Sarg. Ich will gut Sarg, T-Bone und mich und ich krieg da wohl überhaupt nix mit. Ja, aber dieser Shark will stress. Oh, Alter. Dann hau ich ihm nur raus. Mal! Oh, quack. Wird aus Morgon, Alter. Oh, irgendwen hab ich da grad voll weggehämmert. Ob da? Ja genau, britischer Schaden. Der Ruiwi. Warte mal, was? Britischer Schaden, Ruiwi? Ja, es ist. Ich weiß gar nicht, wir haben das abgetrimscht. Junge ist mittlerweile mehr Wrax als andere, ich hab nur noch 78% Leben. Ich hab nur noch 78, ich hab 44, du. Ich hab noch nicht alle, ich hab... Oh, scheiße. Oh, danke. Resetten, resetten, resetten. Ah, ich stehe. Scheiße. Was, scheiße? Oh, scheiße, Fortnite. Oh, Gott sei Dank, Alter. Dino, hör doch auf, du! Da ist grad ein Geisterfahrer, ein Fortnite-LKW unterwegs, ne? Also, pass auf. Ein Fortnite-LKW? Oh, da, ja, ich seh's gerade. Aua. Tod. Ich muss grad sagen, es ist ein Bus kein LKW, Digga. Morgens erstmal ein Schul-LKW, jetzt zur Schule. Bus ist im Prinzip auch ein LKW, oder nicht? Nein! Bus ist ein Bus. Lastkraftwagen ist... Nein, es ist kein Lastkraftwagen. Aber er fährt auch ne Last, oder nicht? Die Last vieler Kinder, ja. Ja, ja. Nee, die Last vieler Eltern, so. Aua. Nee, ich geh kaputt. Wortwörtlich. Das war's für mich. Oh, ich werd umgebracht. Ich werd umgebracht. Oh Gott. Ah nee, ich warte einfach. Wupp. Ich häng mir das Stoßstange auf dem Bordstein fest. Alter, echt jetzt? Wagen, bitte, danke. Aua. Aua. War das HOK-DNF? Ist der rausgegangen? Oh, der ist ein Rasenmäher gefahren. Okay, vergessen wir das. Der Maik hat das unsichtbare Boot probiert. Ist auch ein DLC. Spar von sich das ganze Modeling. Hast du mein Auto nicht? Doch, doch. Alles gut. Alter, der Bus hat mir grad 45% Schaden gemacht. Was? Der kommt echt gut um die Kurve. Ja, Alter, der hat mich grad nur berührt. 45%. Ihr habt das mit dem Bus darauf geschworen, ne? Seid ihr alle selbst dran schuld. Busse wären doch jetzt lustig, ja. Toll. Die Eisenbahn. Nicht wahr, Johann? Dann wär lustig. Biss dich. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Mit deinem kleinen Bus da, komm. Verpiss dich doch. Er ist am Muttertier aufgehabel. Aha. Tschüss, Muttertier. Ah fuck, festgefahren. Ja, moin. Moin, Julian. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hoppa. See ya. Oh Gott. Komm, bitte. Oh nein, nicht reinquetschen. Ich brauche Assistenz. Oh, das war's für mich. Oh Gott. Oh, das war's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das willst du nicht, Julian. Wird einfach voll umgecheckt. Aua. Der Bus. Bus, warum? Bus, warum? Warum? Ich möchte einfach, dass Julian nach diesem Stream ein Buch schreibt. Der Bus. Warum? Warum? Oh, das war's. Oh. Oh, das war's. 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 Julian, komm, Bus fahren. Komm, wir, Julian. Bus bauen. Ach, scheiße. Oh nein, ich stecke auf einem Auto drauf. Das ist jetzt richtig schlecht. Mein Sticker auf meinem Auto steht einfach drauf Zero Tolerance und Mike schmeißt sich einfach voll vor mich. Okay, moin. Zero Tolerance. Oh, Alter, ich bin anders so in die B-Säule gehämmert. Wie viel Damage hast du gekriegt? 28. Ich 16. Bein, gut wehgetan, nice. Gleiche Gebrauchsspuren, Rentnerfahrzeug. Oh, aua. Ja, da ist die Oma, da ist die Oma mal am Garagentour hängen geblieben, kann mal passieren. Das kriegt man wieder ausgedeckt, ein bisschen Spachtelmaß. Oh, fuck. Alter, Zaug, Zaug, Junge. Was? Zaug, was am Bus? Zaug, was am Bus? Hast nichts, kusch dich doch jetzt. Alter, Zaug, kannst du das klippen? Das wäre legendär. Hier stehe ich schlecht, hier stehe ich schlecht, ja. Oh, Gott. Das waren 50 damage durch den Bus. Danke. Der Zaug war einfach auf den Bus drauf. Der Zaug war einfach auf den Bus drauf. Ja. Wo war Zaug? Weiß ich nicht. Ich glaube auch. Oh, Gott. Ja. Oh, Gott. Ja, danke fürs Mitnehmen. Oh, Gott. Das war's. Doch nicht. 9% Leben immer noch. Trotz-Flip. Wow. Alter. Ich frag dich, was für ein Flip? Ja. Ja. Was haben wir da mal? Einfach Orangenflips. Oh, na. Oh, shit. Ich hab noch 100% Leben seit zwei Runden. Das ist nicht lustig hier, ey. Ja, also, ich beende die Runde noch. Der Helfer ist Rennes-Volz. Ich hab dich locker. Hey, Julian, du fährst ja auch einen Bus, Alter. Ja, perfekt, Alter. Wer war das? Bus, Bus, Bus. Oh, Alter. Oh, das war's mit mir. Stop it. Get some help. Stop it, Ron. Aha. Ah, Bus. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab jetzt einfach draufgefahren. Ich bin letzter. Imagine, so ein Bus holt dich. Ja, da brauchst du nicht viel Imagine. Wenn ein Bus dich holt, da brauchst du nicht mehr viel nachdenken. Da hast du echt nicht so viele Gedankenssekunden für. Die Fantasie ist sehr real. Boah. Ja, ich stell mir das vor und dann wär ich tot. Krass. Ich hab kurz Beyblade gespielt, oder? Warst du Furious? Pff. Hey, hey, hey. Warst du Furious? Ich war in der F-U-U-U-U-U-U. Was war das, was sich da gerade umgekippt hat, bitte? So ein kleines Drecksvieh. Hab ich gedacht, weggesn Gas zu geben. Ich bin so lustig, da hab ich den Töger losgelassen. Alter. Was ist für los? Wer ist denn los? Die geht jetzt schon auf dem Dach. Nee. Keiner. 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 Perfekt. Die geht jetzt schon auf dem Dach, weil so ein Kack-Monster-Truck mich getivaut hat, Digga. Eik, was für ein Bus? Kein Bus oder Lin-Bus? Äh. Äh. Ich frag dich, was für ein Bus? Einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. Einfach ein Bus. Woher merkt man, dass es spät wird im Stream und so an so Art? Ja, Mann, ich wollte es ja auch mitverstandenen Lyriker. Ja, glaube ich, du. Wauuuu. Oha. Oha, Alter. Oha, Alter. Oha. Oha, Bruder. Oha, Bruder. Richtig krass, Digga. Oha, Walla, Bruder. Was ist das? Ein Faul-Ein. Bruder, mach kein Auge. Walla, Bruder, mach jetzt nicht diesen, ja? Walla, Bruder. Ey, Sterbe, ey, fuck you, Alter. Ich will hier die scheiß Barrikade gehämmern. Walla, ich mach Müse. Man muss ja überlegen, es gibt halt leider Leute, die das halt nicht ironisch sagen, sondern wirklich einfach so reden. Das ist mein normales Sprachgebrauch. Ja, Walla, Billa, Inchallah, normal. So wie unser Oberhase. Hauptmann-Hauptmann-Haupt-Experience, Alter. Oh, 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 Alter, hab ich mit Mike da reingeprügelt. Alter. Oh, shit. Alter, ich hab auch, ja, ich bin auch kaputt, ich hab da nicht ausgekriegt, ich hab... Alter, Mike. Ich hatte auch nur drei, ich hatte auch nur drei Leben durch. Junge, was war da denn los? Der Lukas hat mich ein bisschen gedruckt. Ja, ich war rechts neben die und ich hab, ich hab mir dann voll das, wir sind, äh, 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 ja, genau, danke. Ist das ein Drunk-Stream? Nee. Aber ich fühl mich betrunken. Oh, shit. Das kann aber einfach nur am Plus, du kannst wangelegen. Meine Maus, die nicht, meine Maus nicht mehr. What? Ich hab drei Bildschirme, ich seh sie nicht. Äh, cool. Weird Flex, bro. Muss hart sein. Ah, ist wieder da. Muss hart sein, so mit so drei Monitoren, äh, los, die vertreten ist. Ja, hält der Schneide-Memes an, so. Oh, ich bleibe dich, also. Ich bleibe immer nass, ich haze dich. Oh, shit. Ich muss mal kurz zu meinem Range Rover. Aber ich, aber ich fahr zu dem mit meinem 5-Fragen. Oh, mein Opel Corsa. Ja. Lukas. Ja. Oh, wir werden morgen in der Halle sind, gell? Ja. Ich hätt da noch ne Quest für dich. Ja, bitte. Oh, Rackfest als Drunk-Stream machen, Lukas. Oh, Gott. Nein, nicht schon wieder. Oh, Gott, bei jedem RAM, rechts ran und eintrinken. Ich hätt ja gesagt, bei jedem DNF eintrinken. Problem ist, die Leute halten dann extra drauf. Das kann ich nicht machen. Ich bin nach zwei Rennen besoffen, Alter. Nein, wir machen das, ähm, wir machen das ein Rennen mit 24 Leuten und nach der Platzierung, die man am Ende hat, so viele Schlücke muss man nehmen. Ich würde dann einfach nach dem ersten Rennen dieses heutigen Abends halt total besoffen. Was wird denn Lisa-Karte, Alter? Was wird denn Lisa-Karte? Für jeden DNF wäre halt auch schlimm für mich, irgendwie. Ja, das Problem ist, das kannst du nicht machen, weil die Leute nicht extra wegraben. Das klappt halt nicht. Wir können dann nichts mit DNFs machen, weil die Leute dann extra drauf gehen. Das muss irgendwie unterbewusst passieren im Rennen und nicht absichtlich. Äh. Du könntest das halt nur mit Leuten spielen, du du kennst. Ja, geil, da sind wir sechs Leute. Oder wir machen die Regeln ja nicht offiziell machen, dann passt das. Ja, toll. Als ob die das nicht nach einer Runde checken. Die sehen aber trotzdem. Wenn die Uhr nach DNF ist, sind die komplette Flasche nach Tornado. Das sieht man ja nicht. Nö, sieht man ja nicht. Ja, doch, wenn wir das als LAN-Party machen. Ach, scheiße. Dann, äh. Ja, ist nix. Kannst du bitte aufhören, danke. Ja, Mann, da seh ich uns. Tobias, das heißt immer noch Red. Red, der Allerechteste ohne Gardinen und Möbel. Wo wir fünf Autos sind da. In diesem Videotitel auch bei Hysteria geht es mal so. Ab für Red in einer Wohnung, die mutmaßlich keine Gardinen und Möbel hat. Das könnte auch noch Unterschrift mit Fernsehen sein. Aber ich meine, du musst schon ein sehr kaputtes Ego haben, wenn du unbedingt partout immer noch so tun musst, dass du reich bist, weil du dich sonst selber kaputt machst, innerlich. Machst du das nicht? Doch, ja, richtig. So, ich ziehe mir auch einen Punkt bei dir. Ich will mich den F40 aber nicht zeigen. Ich könnte, aber der wird gerade auf Carbon umgesneakt und dementsprechend, der Leute, ist gerade nicht möglich. Tut mir leid, das ist in der Werkstatt. Und in Wahrheit wohnst du ja noch in einem Penthouse, wo deine Wohnung sieht halt so in der Facecam-Richt. normal aus, weil du halt normal wirken willst und nicht abgehoben. Ich will, brauche mal einen Gardinen. Also, brauche ich wirklich keine Gardinen. Also, wenn es danach geht, bin ich reich. Verdammt reich. Also, ich würde beendet, ja. Alle sagen das. Mutter, hier, bitte fahr. Neben, du Haare im Gesicht, das erkehrt bei dich kaum wieder. Du shit, eigentlich. Kommt man mit dem Sofa da oben jetzt schon rauf? Oh, ich hätte nicht links rumfahren sollen, glaube ich. Oh, shit. Oh Gott, boom. Oh nein, der Bus. Ich habe 51% Damage bekommen durch den Einschlag. Alter, 68. Und ich überschlag mir die Gampere-Rampe runter. Ja, ich bin jetzt noch bei P1. Oh, Bus, 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 Alter. Ich habe noch 15 Leben. Moin, Digga. Oh, das war's. Hast du nichts, wenn du jetzt einen Fehler machst, war es das mit mir. Oh Gott. Oh. Nein, ich flamme jetzt mit zwei Tonnen. Hoch, hoch, hoch. Hoch 10. Hoch 10. Alter. Bus. Wie ehrlich ist das? Oh Gott. Der Bus hat mich gedreht. Ich habe noch 10 Leben. Den Sprung nehme ich trotzdem. YOLO. Oh, das war's. Oh. Du machst das schon. Wir rufen die alle zu. Kein Druck. Hat man das gerade gesehen? Was? Den Sprung? Ja, der war ganz cool. Der war schon cool, ja. Wenn okay, tagsüber soll es mir egal sein, aber... Oh, das war's mit Julian. Oh, yo. Ich habe so coole Manöver gemacht. Das ist der Dank dafür. Das ist der Dank dafür.